Guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte bitte gerne einmal einen frischen Döner. Haben Sie eigentlich noch irgendwas im Angebot? Jack Daniels, Jägermeister, Hotdog, Toast, Hawaii. Auch irgendwas vom Schwarzmarkt? Kommen Sie mal ein bisschen näher. Was brauchen Sie denn genau? Kalaschnikow, M4 mit ACOG-Visier, Suppressor dritter Generation, ein C4, eine Claymore und ein HAC-Gummi-Bärchen. Haben Sie sowas? Ja, freilich. Dies haben wir alles da. Einen Moment bitte. Ey, Buddha! Kommen gleich wieder. Verdammten Drecksviecher hier. Muschi, verpiss dich! Bist du noch allein? Ich bin noch allein, ja. Ganz vorsichtig. Fitt die Damen. Geht aufs Haus. Oh, die nehme ich gerne mit. Sie wollte noch Rabin-Gummi-Bärchen, aber nicht zu vielen auf einmal. Danke für dieses Geschäft, junger Mann. Machen Sie gut. Küche dein Auge, Bruder. Ich küss dein Auge, Bruder. Allein mit dir. Ich habe meinen Gönner-G vergessen. Gott sei Dank endlich Feierabend. Was hältst du heute?